In der Mathematik gibt es im Wesentlichen nur richtig oder falsch. Es gibt keine langen Diskussionen. Das ist für mich sehr sympathisch und außerdem muss man in der Mathematik nicht sehr viel lernen, sondern man muss verstehen. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von mathematischen Verfahren zur Extraktion von Messdaten. Das braucht man zum Beispiel in der medizinischen Bildverarbeitung, wo man Strahlen durch den Körper durchschickt, dann versuchen will, auf die Dichteverteilung im Inneren des Körpers zu schließen. Im Gegensatz zu Massenuniversitäten haben wir ein hervorragendes Betreuungsverhältnis. Die Studenten kennen ihre Professoren. Das ermöglicht es ihnen, relativ schnell auch mit der Forschung zu beginnen und durch unsere Industrienähe können wir den Studenten zusätzlich ermöglichen, ihre Masterarbeiten mit der Industrie zu schreiben, was dann oft zu ersten Kontakten zu potenziellen Arbeitgebern führt. Wir brauchen Leute, die in der Lage sind, sich in Probleme zu verweisen, die entsprechend Freude am logischen Denken haben und die natürlich Mathematik mögen und die Schönheit der Mathematik auch sehen. Aber das sind eigentlich nur die Grundvoraussetzungen. Mein Name ist Ronny Ramlau. Ich bin 2008 an die JKU gekommen und seitdem bin ich hier Professor für Industriemathematik.